Gareth Bale zum FC Bayern München, Marc Bartra zu Juventus Turin und Marc-Oliver Kempf zu Borussia Mönchengladbach. Die heißesten Gerüchte und die neuesten Transfers jetzt im Fakt ist Transfer-Spezial zur Winterpause 2017-18. Und wenn ihr gar keine Videos mehr verpassen wollt, dann klickt auch unten auf den Abonnieren-Button. Es kostet nichts und für euch sind jeden Tag die neuesten News und Gerüchte und Transfers drin. Der FC Bayern ist wieder an Topstars dran und diesmal sogar an welchen, die sogar schon anderen Klubs versprochen sind. Gelsen Martins, Yannick Carrasco und Julian Brandt sind ja schon lange im Gespräch und jetzt kommen noch einige andere riesige Namen dazu. Ja, ihr habt richtig gehört, riesige Namen. Gerüchten zufolge soll Gareth Bale auf Uli Hoeneß' Transferliste stehen. Der bekommt ja schon lange bei Real nicht mehr den Stellenwert, den er sich vorgestellt hat. Allerdings bekommt er pro Woche nach Steuern bei Real um die 410.000 Euro. Nicht mal Bayern kann sich das leisten. Obwohl ja im Vorstand jemand meinte, dass bald ein Knaller vor der Tür steht. Wir sind gespannt. Außerdem hat man mit Hummels, Boateng und Süle ja so eine schlechte Innenverteidigung, dass man da definitiv noch Verstärkung braucht. Und diese Lücke soll jetzt Matheis Delight, tut mir leid an alle Holländer, ich weiß, ich habe den Namen falsch ausgesprochen, jedenfalls soll diese Lücke jetzt Matheis Delight von Ajax Amsterdam füllen und die Bank der Bayern noch mehr wärmen, als es Koretzka eh schon tut. Es wurde ja auch schon berichtet, dass Emre Can sich mit Juventus Turin einig sei und im Sommer nach Italien wechseln würde. Aber auch hier hat Bayern die Finger im Spiel und möchte die nächste Rückholaktion der Bundesliga starten. Obwohl das Mittelfeld eigentlich gut genug ausgestattet ist, oder? Fakt ist, der 24-Jährige konnte in München schon sieben Profispiele absolvieren, schoss dabei sogar ein Tor. Wenn ihr generell über alle neuesten Transfers und die heißesten Gerüchte up to date wollen seid, up to date wollen seid, wollen seid, wollen seid, wollen seid, wollen seid, dann ladet euch unten in der Beschreibung die OneFootball App runter, denn da gibt es alle News und Informationen direkt taufrisch. Nach der ganzen Poste mit Aubameyang wird der BVB ja mit unzähligen Stürmern in Verbindung gebracht, länger und intensiver, schon mit Olivier Giroud, mit dem wir uns schon in einem früheren Fakt ist Transfer-Spezial beschäftigt haben. Das könnt ihr hier oben abchecken. Jetzt kommen allerdings noch ganz andere Kaliber dazu. Fedor Smolov, der 27-Jährige Russe von FK Krasnodar, soll gute Chancen haben. Und außerdem Gerüchte um Duvan Zapata, 26 Jahre alt, aus der Serie A, von Sampdoria Genua. Und als wenn das nicht schon genug wäre, kommt jetzt auch noch Wissam Benjeda ins Spiel. Der spielt momentan bei Sevilla. Und außerdem diskutieren weiterhin alle Leute um Lautaro Martinez, den ja einige schon aus FIFA 18 kennen sollten. Wenn man sich aber wirklich Giroud holen sollte, am besten in einem Tauschgeschäft mit Aubameyang, wie wahrscheinlich sind dann wohl die ganzen anderen Transfers? Auch Jan-Fiete Arp soll auf Dortmunds Liste stehen. Allerdings, seien wir mal ehrlich, nach Pipapo zwei guten Spielen in der Bundesliga soll er erstmal dort Fuß fassen. Deshalb direkt zum nächsten Gerücht. Keren Demirbay soll auch zum BVB, der wird den nächsten Schritt in seiner Karriere wagen. Dortmund soll der perfekte Ort dafür sein. Allerdings sehen das die Fans ein wenig anders. Auf Transfermarkt.de sind viele der Meinung, dass er den BVB nicht weiterbringt, höchstens ein Durchschnittsspieler ist. Seht ihr das genauso? Schalke ist auf den RB-Zug aufgesprungen und das sogar zweigleisig. Na, gecheckt? Erstmal sind sie auf der Suche nach jungen Talenten und dann sind sie auch noch beim gleichnamigen Verein aus New York fündig geworden. Chris Gloster soll von der U18 der New York Red Bulls zu Schalke wechseln. Außerdem ist Michi Batshuay nicht mehr nur bei Schwarz-Gelb im Gespräch, sondern auch beim Erzfeind im Pott. Wahrscheinlich nur aus Futterneid will Schalke den Belgier ebenfalls verpflichten oder hat ihn zumindest auf dem Zettel, um ihm den BVB wegzuschnappen. Wir bleiben bei exotischen Talenten. Der 17-jährige Zane Jones aus den USA, genauer gesagt von Atlanta FC, soll bald Königsblau tragen, wenn auch noch nicht in der ersten Mannschaft. Und außerdem sind die Knappen an Viktor Zygankov von Dynamo Kiew interessiert und der ist mit 20 Jahren noch ein Rohdiamant. Fakt ist, der gebürtige Ukrainer konnte in 15 Ligaspielen 10 Scorer-Punkte sammeln. Das ist gar nicht mal so schlecht, oder? Werder Bremen dreht momentan auf dem Transfermarkt auch richtig auf. Fridolin Wagner kommt vom FSV Zwickau zu Werder Bremen, der war früher sogar bei RB Leipzig. Außerdem, ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, ist Berson Celina von Ipswich Town bei Werder Bremen im Gespräch. Der ist gerade nur bei Ipswich ausgeliehen, denn normalerweise kommt er aus der U23 von Manchester City und hat in der Championship in 24 Spielen ganze 7 Tore geschossen. Außerdem hat Werder Bremen ein Auge auf Nemanja Milic geworfen, der kommt von Roter Stern Belgrad und hat erst 8 Ligaspiele absolviert, in denen er erst ein Tor schießen konnte. Wirklich keine gute Verstärkung für Bremen, wenn ihr mich fragt. Und vielleicht der populärste Transfer, Marco Friedl, soll zu Werder Bremen von Bayern München ausgeliehen werden. Da, ja, keine Ahnung, bei Bayern ist er eben nur der Ersatz vom Ersatz und deshalb braucht er mehr Spielzeit und die soll er in Bremen bekommen. Fakt ist, schon am Mittwoch soll er im Flieger nach Dortmund gesessen haben. Nach Dortmund? Warum will er nach Dortmund? Der will nach Bremen. Also, Fakt ist, schon am Mittwoch soll er im Flieger nach Bremen gesessen haben und der Vertrag soll schon bald unterzeichnet werden. Vielleicht ist es sogar jetzt schon passiert, wenn ihr das seht. Und auch RB Leipzig hat sich in puncto Supertalent mal wieder ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und vom FC Kopenhagen aus der U19 Mats Bittrup verpflichtet. Sorry, dass ich diesen Namen nie aussprechen kann. Der Däne ist jedenfalls gerade mal 16 Jahre alt und soll für eine ungewöhnliche Summe verpflichtet worden sein. Außerdem hat RB Leipzig ein Auge auf den Linksverteidiger Gianluca Itter vom VfL Wolfsburg geworfen. Der soll nämlich ein Ersatz für den Backup von dem nächsten Transfer sein. Und zwar Lukas Klostermann, denn der ist im Interesse vom AS Rom. Oh Gott, das war so schlecht und abgehackt. Aber egal, ihr kriegt es trotzdem genauso. Wie gesagt, AS Rom ist an Lukas Klostermann interessiert. Die haben zwar mit Kolarov einen gesetzten Linksverteidiger, allerdings wird Amazon wahrscheinlich bald wechseln und deshalb wird ein Backup für den 32-Jährigen gesucht. Und Lukas Klostermann? Perfekter Backup. Wir kommen zur Blitzrunde, viele Transfers und Gerüchte schnell abgearbeitet, weil wir sonst niemals alle erwähnen könnten. Nicolas Bazin von FC Metz aus der U19 zum SC Freiburg. Der Linksverteidiger hat in der Ligue 1 im A-Team jetzt schon vier Spiele und ein Tor auf dem Zettel. Mit 19 Jahren. Juan Bernard vom FC Bayern zu FC Everton. Nach Alaba eigentlich Nummer zwei, allerdings jetzt auch schon so lange verletzt, dass er nur drei Spiele in der Bundesliga absolvieren konnte. Dafür ist jetzt Rafinha auf Links gesetzt. Das nächste Gerücht um Aubameyang vom BVB zu Real Madrid und ich habe wirklich keine Lust, das irgendwie zu kommentieren, weil es ist einfach zu viel. Aubameyang entscheidlich. Konstantinos Daphilidis von Augsburg fix zu Stoke. Mit 31 Bundesliga-Minuten in dieser Saison ist die Zeit beim FCA für ihn jetzt gelaufen. Erik Tommi vom FC Augsburg fix zum VfB Stuttgart. Es ist erst der vierte Transfer in der Bundesliga-Historie vom FCA nach Stuttgart. Was ihr damit macht? Entscheidet ihr. Lazar Markovic von Liverpool zu Hoffenheim. 2014 ist er von Benfica für 25 Millionen Euro gekommen. Seitdem war er nur verliehen zu Fenerbahce, Sporting und Hull City. Premium. Shouja Nakajima von Portimonese zu Eintracht Frankfurt. Das Gerücht gibt es schon länger. Nico meint aber, an ihm ist nichts besonders und eigentlich braucht Frankfurt ihn nicht, nur als Ergänzung. Es wäre aber der dritte Japaner im Kader. Marc Bartra vom BVB zu Juventus Turin. Seit Stöger beim BVB übernommen hat, hat Marc Bartra nicht eine einzige Bundesliga-Minute gespielt. Mohamed Besic vom FC Everton zum HSV. Seit seinem Wechsel zu Everton 2014 hat er durch Verletzungen etc. nur 29 Spiele absolvieren können. Schwach. Aber beim FC Everton kennt er sich mit dem Abstiegskampf aus. Das wird HSV in die Karten spielen. Marc-Oliver Kempf vom SC Freiburg zu Borussia Mönchengladbach. Er konnte in dieser Saison in der Liga erst fünfmal über 90 Minuten spielen. Das war's für heute. Jetzt will ich von euch wissen, welchen Transfer wollt ihr auf jeden Fall sehen und welches Gerücht ist absoluter Bullshit. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren und die OneFootball App zu downloaden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.